Willkommen bei AXIS VM12. Die Stahlbaubemessung wurde mit einer automatischen Parameterberechnung und einer Optimierung der Querschnitte ergänzt. Die automatische Berechnung der Bemessungsparameter kann manuell übersteuert werden und ersetzt das bisher verwendete LT-Beam mit einer wesentlich leistungsfähigeren Berechnung. Die Optimierung von Stahlprofilen erfolgt über benutzerdefinierte Gruppen von Stäben. Eine Liste möglicher Querschnitte kann aus der Querschnittsdatenbank und den im Modell eingegebenen Querschnitten zusammengestellt werden. Alternativ kann auch eine Optimierung der Abmessungen von parametrisierten Querschnitten erfolgen. Um den tatsächlich optimalen Querschnitt zu ermitteln, können Randbedingungen und Ziele für die Optimierung vorgegeben werden. Die optimierten Querschnitte können auf Knopfdruck im Modell eingesetzt werden. Nach der Neuberechnung des Modells zeigt die Ausnutzung eine wirtschaftlichere Dimensionierung der Stahlprofile. Die Festlegung der Fundamentgeometrie, der Baugrundeigenschaften und der Optimierung der Fundamente entspricht der bisherigen Bemessung. Die detaillierte Bemessungsberechnung umfasst die Dokumentation der Eingabedaten und die Nachweise bezüglich Grundbruch, Gleiten, die Bewährungsbemessung, inklusive Durchstanzen und die Setzungsberechnung. Nach der Bemessung können die Fundamente im Modell dargestellt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.